Jesus sagt, setzt euch zu mir und bringt mich zum Lächeln, meine Kleinen. 19. Juli 2022, Auszug aus Jesu Botschaft durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann, der Herr segne euch, liebe Familie. Als ich heute ins Gebet kam, sah ich eine Szene von einem Schlachtfeld, viel Chaos und Blut, viele Verwundete, wie es eben bei einer Schlacht zugeht. Herr, bist du das in meinem Verstand oder ist das meine eigene Vorstellung? Ich bin es und es wird ein blutiger Krieg sein, nicht unbedingt auf deiner Strasse, aber dennoch blutig. Ist das der Krieg, von dem Henry Gruver sprach? Nein, es ist der Vorläufer, je nachdem, wie es läuft. Noch gibt es viele Kräfte, die mit dem Antichristen verbündet sind. Aber sie haben einige entscheidende Schläge einstecken müssen. Sie sind in vielen Bereichen lahmgelegt. Aber die Diener der Ungerechtigkeit sehnen sich nicht nach Geld, sondern nach Rache. Dieser Krieg ist notwendig, um Amerika aufzuwecken. Eure Gebete haben das Herz meines Vaters im Himmel durchdrungen und wir werden eure Lieben beschützen. Niemand kann vorhersehen, was diese Ereignisse erreichen werden. Ausser einer Sache, die schläfrigen Wohlstandskristen werden endlich aufwachen. Es ist eine Bewegung meines Geistes im Gange, um viele zu Sekretären meiner Liebe und Barmherzigkeit zu machen, überall auf der Welt. Jenen mit einem reinen Herzen, die nur meinen Willen wollen, biete ich Gaben des Wissens an, die ihnen helfen werden, ihre kleine Gebetsgruppe zu informieren. Die Tage der ungestümen, hochrangigen Propheten gehen zu Ende. Jetzt blicke ich auf die Kleinen, die in den Startlöchern gewartet haben. Gehorsam, jeden Tag meinen Willen ausführen, ohne um Vorteile oder Ruhm zu bitten. Vielmehr stehen sie fest, auch wenn sie verspottet werden von der versierteren und intelligenteren Mittelschicht, die dazu neigt, ihnen den Titel ohne Bedeutung zuzuweisen. Ja, diese Tage gehen zu Ende und ich ziehe meine treuen Kleinen heran, die kein Interesse an Geld haben oder daran, als grosse Männer und Frauen Gottes anerkannt und bestätigt zu werden. Sie wollen nur meine treuen Liebhaber sein, die sich wenig um das scheren, was die Welt zu bieten hat. Ich möchte, dass du sie voranbringst, Claire, und sie für den Kampf zurüstest. Ja, das Bindungsgebet, aber vor allem Sanftmut und Demut, damit meine Engel ihnen in schweren Zeiten zu Hilfe eilen. Meine Engel suchen in der Welt nach den Sanftmütigen und Demütigen, denn sie haben Freude daran, die Pläne ihrer vielen Feinde zu vereiteln, die sie ebenfalls als unbedeutend und wertlos ansehen. Diese Kleinen werde ich verherrlichen, denn ihre einzige Sorge ist mein Herz und wie sie mich glücklich machen und zum Lächeln bringen können. Ja, ich liebe diese Rema-Karte, die du gemacht hast. Du bringst mich zum Lächeln. Und wie bringt ihr mich zum Lächeln, meine Kleinen? Indem ihr still bei mir sitzt, mich nahe an euer Herz drückt, klein bleibt und euch aus den Kämpfen des Egos heraushaltet, wer was wann gesagt hat und wer recht hat. Kleinheit, Kleinheit, Kleinheit ohne Bedeutung, ohne Meinung, bis ich ihren Mund öffne. Diejenigen, die sich die Zeit nehmen, sich um die Bedürfnisse jener um sie herum zu kümmern, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, bringen mich ebenfalls zum Lächeln. Jene, die den Hilflosen zu Hilfe eilen und sich weigern, zu tratschen oder zu verleumden, bringen mich zum Lächeln. Vor allem aber jene, die ihre Zeit, die sie mit mir verbringen, mehr schätzen als die Arbeit, die sie umgibt. Sie haben einen Zaun um ihr Herz und ihre Zeit errichtet, der den Ansturm der Pflichten aufhält, die andere sofort erledigen wollen. Sie ehren meinen Wunsch für sie, bei mir zu sitzen und mich aufrichtig und über alles zu lieben. Und oft sind es die Kleinsten, sogar die Obdachlosen, die die Welt längst verlassen haben, um bei mir zu sein. Was für ein grosser Schatz sie doch sind, trotz all ihrer Probleme. Sie haben die Sinnlosigkeit der Welt erkannt und sie haben ihre dringenden Prioritäten, weit hinter sich gelassen, nur für mich. Nun, meine Liebe, ich möchte, dass du Folgendes weisst. Ich ziehe die Armee der Kleinen heran, die keine Zeit für die Welt haben, sondern nur Zeit für mich. Wenn wir schon davon sprechen, es ist unerlässlich, dass du jeden Tag deine Botschaften veröffentlichst. Ich möchte sie Tag für Tag vorbereiten und diese langen Zeiten der Stille vereiteln meine Absicht. Bitte, jeden Tag frisches Manna, keine Ausreden, keine anderen Projekte zuerst. Ich gebe dir einen sehr ernsten Auftrag. Sei nicht spät dran mit meinen Worten an die Welt. Wenn du es wärst, kann ich die Herzen nicht so unterrichten und vorbereiten, wie ich es muss. Meine Lieben, dies ist eure Zeit. Ihr habt den Glaubensabfall in meiner Kirche und meinem Leib genau beobachtet und euch geweigert, ihm zu folgen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr anfängt, euch von meinen Worten an euch zu nähren, so wie dieses Gefäss genährt wird und alles mit der Welt teilt. Seid euren Visionen und Worten treu, denn ich werde durch euch zur Welt sprechen. Haltet euer Herz frei von jeglicher Selbstgefälligkeit, wenn andere anfangen, euch zu folgen. Ich werde bei euch sein, um euch prüfen und unterscheiden zu helfen. Und bittet auch, meine Mutter, euch zu helfen. Ich segne euch jetzt und übergebe das Zepter meiner Weisheit an alle, die berufen sind, zu dienen und die bereit sind, sich heranziehen zu lassen für andere, so wie dieser Kanal euch gedient hat. Ich werde euch segnen, bewahren und euer Urteilsvermögen schärfen. Habt keine Angst. . Vielen Dank.